waschen gas geben nach vorne vor die handremse reinhauen nein gar nicht also was ich bemerkt habe dass ich auf jeden fall kein train simulator weil die züge sehen scheiße aus nach volk volk ist ohne aufbrechen ich sag dir wenn du reingehen kannst ach ich weiß nur der mensch zornen aber trotzdem ja ich hänge mit meinem auflieger hinten an dem an der wagen fest und ich bin jetzt draußen ja ich komme auch gleich leider von dem büscher du jetzt ja ich bin der kinder ja ich wünsche was wie lang ist denn die no no collision area weil da fährt mir eine direkt hinten drin jetzt sagen man und auch und sie ist noch an ja stimmt und sie wohl noch an da wurden sie von der rumpf ausfahrt sie wollen die ladung beschädigt gut 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 ich bin 10 Prozent wenn du dich in den Train Simulator ist es echt nicht hier die prozent das zu hinten äh 52 oh h 10 was auch ich bremse jetzt aber nicht äh äh boah da fährt auf meinen spuren aber er fährt auf seine kommt da einer oder ne ne komm wir müssen in die richtung ähm äh 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 ich muss links wir sehen uns dann BUS ich hab noch 175 Kilometer ich hab nur noch 35 äh das muss aber auch mal nicht hm uuuh ich weiß was ich jetzt mach was ich hab hier aufnehmen aber hier bin ich alleine da kann nicht passieren dass mir was alleine passiert ja ach du nimmst jetzt auf oder was ja das ist dann halt eben dann nur so bei mir so kommen so in den en sind ja kann schon machen das ist so ein special oder sowas ist keine Ahnung brrrrrr ich hab noch nicht und alles du musst jetzt links fahren gäh na ja 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 ähm ja doch alles ist nett ähm ähm so ich weiß was ich gerade lustig finde was denn ähm auf MMOGA gibt es ja gerade ist ja gibt es ja ETS 2 für 9,99 und dieses Addon Going East für 13,99 ähm äh vor allem das Going East das fügt vielleicht 5 Städte hinzu mehr nicht jetzt ja hm da war mal durch und dann dafür mehr zu zahlen für die wie alt für den ganzen Simulator also ja und ich wollte mir lieber neue Maps und so als neu ausschauen wo es leben mehr Sachen gibt es doch nicht so ok ich bin hier ich bin da auch nicht ganz das ist lustig ich hab mich gar nicht mal eine überholt die oder was die oder was ja mach mir auch mach mir auch klar wie viel schneller als ich was soll das schon was was ich soll einfach mal schneller als ich wirklich grrrr mich jetzt überholen du biegst jetzt nicht ab jetzt sag ich dir nein nein jetzt überholen bin ich ausgebremst ich glaub das was er wartet was 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 da ist ein typischer voll gegen Leitplanke gefahren das wird ohne Grund Prozent Prozent und der doch schon gegen draußen es ist ja nicht so dass ich davon dass ich davon Single oder mit aufliegen wenn auch liegen du kommst aber so ausgeladen Post bekommen und sollte ich gedacht ich habe den ton gehört so ich bin von 110 kilometer bekommen alter anstatt gestorben wird bei dennoch 100 cm die formen so durch die überschreitungen im Ernst müssen so auf Emden da habe ich nichts ich habe nach London was ich fahrts erstmal zur werkstatt ich fahrts zur werkstatt und mach erstmal mein lkw zu uk ernsthaft ich fahr doch eh dann gleich wieder weg ich glaube ich bin gleich wieder weg wenn ich was noch um auch noch was schon gesagt ich kann auch nur hoch und steht hier echt zu doof und halten eine roten ampel wir haben ja nicht so viel Geld geben wir vergessen habe ich aber ich habe der Kriegsaufgabe in der keine Strafe und auch auf den Punkt aus dem Skogen Tricks die Ampel aus bestimmt in der Kampel schlossen und das sich gut bei den anderen die was haben nach vorne im Tennen 50 Kilometer ausgemacht Oh Gott, nach Polen von hier Ja okay, die haben viel König mir mal sagen, was du dann hast, dort Ja, warte ich hier nur noch Ab noch Ein bisschen mehr wie 30 Kilometer Ja Heute hab ich auch gleich rum Und auch kommt da eine steile Kurve Geht mal da nach hinten, was das ist Weil hier in Dover gibt's drei Schlafplätze Was? Ach, das ist der Seehafen Ach so Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, ja, schön, ja Nimm noch mal alles mit 4 und 6, äh, 46 Auf Sofort Merkstatt aufsuchen, mich dein Ernst Er ist zehn Kilometer vorm Ziel Brauch ich nochmal so zusammen, ohne Witz Kannst du noch mal zumuten, sowas Hm, es geht Hm, es geht Hm, es geht Hm, 50, ich fahre von einem Botzstein, der zehn Millimeter hoch ist Wirst du so hochgeschleudert II Jungs hat er in mir vom Truck angeschaut Ja 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 Jaa Ha.. so, gemein geht In confini Jetzt erzähl mal, was er schon alles Warte, warte, warte ken das auf dem Platz ist auf Händen Brunnen